Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Plesnik von Datenschutz ist Pflicht und ich freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst und dieses Video anschaust. Warum brauchst du als freiberuflicher Mitarbeiter eine Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses für deine Partner? Erstmal klären wir diese Frage dadurch, dass wir uns das Wissen verschaffen, was steht denn da drin in so einer Verpflichtungserklärung. In so einer Verpflichtungserklärung steht drin, wer du bist und wer diejenige Person ist, die dich verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren. Was ist das Datengeheimnis? Das Datengeheimnis ist die Aufforderung, dass du mit personenbezogenen Daten so umgehst, dass sie nicht in die Hände unbefugter Dritter gelangen können und dass sie nur in dem Umfang verarbeitet werden, der auch angegeben ist. Zum Beispiel in AV-Verträgen oder in Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzerklärungen und so weiter und so fort. Das bedeutet, es ist ein Schriftstück, wo erstmal nur dein Name drinsteht, Vorname, Nachname, wo eine Unterschrift drunter geleistet wird und wovon du als auch dein Partner eine Kopie erhalten jeweils. Der genaue detaillierte Inhalt dieser Verpflichtungserklärung beschreibt dann, wozu du dich verpflichtest im Rahmen der Wahrung des Datengeheimnisses. Ist also eigentlich nichts Großes, ist auch nichts Weltbewegendes, ist aber ein wichtiger Nachweis. Ein wichtiger Nachweis, wenn jemand mal fragt, wo denn diese Verpflichtungserklärungen sind. Denn zum Beispiel ist es so, dass wenn du jetzt für ein Unternehmen extern tätig bist und dieses Unternehmen hat Subunternehmer oder ist Subunternehmer von anderen Unternehmen und verarbeitet in deren Auftrag Daten, sprich dein Unternehmen, was dein Kunde ist, ist Kunde eines anderen Unternehmens für Auftragsverarbeitung von Daten. Dann ist es so, dass dieses Unternehmen, für das du tätig bist, den Nachweis ihren Kunden, ihrem Partner, Auftraggeber in dem Fall, schuldig ist, dass alle Personen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, sich zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet haben. Und er kann diesen Nachweis einfordern. Behörden bei Überprüfungen können das natürlich auch. Und dementsprechend ist es wichtig, dass auch du das nachweisen kannst. Wenn du jetzt ein cooler, voll auf zack freiberuflicher Mitarbeiter bist, der gerne für seine Kunden arbeitet und ihnen das Leben einfach macht, dann wäre es natürlich am besten, wenn du diese Verpflichtungserklärung direkt mitbringst und quasi bei der Angebotsübermittlung sagst, wenn ihnen dieses Angebot gefällt und sie die Auftragsbestätigung zurück an mich tragen möchten, dann habe ich ihnen direkt beigeliefert, hier ist mein Datenschutzhinweis, wie ich Daten verarbeite, die technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie Subunternehmer, die ich einsetze. Außerdem habe ich ihnen beigelegt, die Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses. Somit hat dann dein Partner alles in der Handballer benötigt, um auf jeden Fall rechtskonform sagen zu können, falls jemand nachfragt, da steht es niedergeschrieben, diese Person hat mir das hier schriftlich versichert, so mit den Daten umzugehen. Und das ist datenschutzkonform, was da drin steht. Wenn du so eine Verpflichtungserklärung haben möchtest, dann haben wir dir natürlich sehr gerne einen Link in die Beschreibung gepackt, wo du auf unserer Webseite ein Formular erhältst, wo dieses Dokument rauspurzelt, das du dann gerne nutzen kannst, um es an deiner Auftraggeber zu übermitteln. Aber wir haben natürlich nicht nur dieses eine kleine Schriftstück da reingestellt, sonst wäre das hier ja keine Miniserie zum Thema Freiberufler und Datenschutz, sondern wir haben das in ein Bundle zusammengepackt, zusammen mit dem Datenschutzhinweis, also dein AV-Vertrag für deine Partner und einem Webseitencheck datenschutzkonform für dich. Das bedeutet, du kriegst drei Produkte in einem geführten Formular und hast am Ende alles, was du brauchst, um rechtssicher durch den Datenschutz zu navigieren als Freiberufler und Selbstständiger. Ich hoffe, das macht dir Spaß, diese Tools zu nutzen und sie helfen dir weiter. Außerdem fände ich es natürlich toll, wenn du ein Gefällt mir da lässt, damit wir wissen, dass dir dieses Video Spaß gemacht hat. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Da unten ist ein Knopf zum Teilen dieses Videos, damit viele Freiberufler davon erfahren, wie sie sich einfach datenschutzkonform aufstellen können. Also teilen, teilen, teilen und du abonnieren, damit du in Zukunft keine weiteren Fragen an einen Datenschutzbeauftragten verpasst. Ich hoffe, soweit ist jetzt alles cool. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.